Hi Athleten. Geht weiter. Nächstes Workout. Das letzte Mal relativ anstrengend in Anführungsstrichen. Deswegen heute wieder, sagen wir mal was zum Auflockern, trotzdem haben wir den ganzen Körper mit drin. Eine ganz einfache Geschichte. Das heißt, ihr könnt das, wenn ihr wollt, den ganzen Tag ausdehnen. Übertreibt es halt noch nicht. Geht in den Liegestütz. Zieh seitlich. Achtet darauf, dass ihr den Rumpf die ganze Zeit stabil hält. Und jetzt kombinieren wir quasi Knie anziehen mit Schulterantippen. Das heißt, ihr tippt hier die Schulter an und dann zieht ihr die Knie diagonal zum gegenüberliebenden Ellbogen. Achtet darauf, gerade beim Antippen, dass ihr versucht hier nicht zu sehr mit dem Rumpf reinzurotieren, sondern wirklich Spannung zu halten. Also ja, antippen. Ich denke mal, da sind für die meisten 20, 30 Wiederholungen drin. Vielleicht sogar noch mehr. Bis zu 50. Dann atmet ihr ein bis zwei Minuten durch. Und das Ganze, das könnt ihr quasi unendlich wiederholen. Okay? Viel Spaß. Ciao.